ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von subnautica ich habe soeben eine session mit vr brille aufgenommen die taste habe ich gesucht und habe festgestellt dass es nicht möglich ist subnautica in vr aufzunehmen es hat einen ganz bestimmten beziehungsweise zwei ganz bestimmte gründe ich weiß nicht warum aber du kannst in vr nicht das inventar öffnen und du kannst auch nicht deine items benutzen die du hast du kannst halt nur schwimmen und sachen einsammeln und das hat eigentlich nichts gebracht ich muss sagen es hat wirklich viel spaß gemacht das ganze in vr aufzunehmen auch weil du gehst halt nach unten und da ist einfach pure dunkelheit in vr du siehst gar nix und das hat einfach ja so ein feeling hast du halt sonst nirgends ich glaube das haut ist ein bisschen zu laut ich stelle das mal ein bisschen runter so weil bei subnautica ist es jetzt nicht so wild wenn das sound jetzt leise ist wenn er zu laut ist ist es natürlich wilder naja faktor ist ich kann es leider nicht im vr aufnehmen es hat spaß gemacht ich hätte es gerne weiter gemacht aber ich weiß nicht kann ich die controller hier jetzt verwenden dann könnte ich euch zeigen es gibt halt diese eine spezielle taste nicht diese hier nicht und ich kann auch meine items nicht auswählen naja schlussendlich ich hätte euch gerne material davon gezeigt allerdings habe ich diese taste hier gefunden das ist die screenshot taste und da ich versucht habe herauszufinden wie ich meine items einsetze habe ich diese taste 50 mal gedrückt und dann habe ich ein bluescreen naja so viel dazu aber das spiel hat sich nicht gespeichert das heißt wir können wieder weitermachen wie vorher auch wir waren derzeit dabei ein paar materialien zu sammeln ja schade und da fällt mir auf in vr hatte ich keine maske auf als ich unter wasser war ja schade 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 vielleicht google ich noch mal die steuerung mit der oculus rift und vielleicht ja die nächsten tage mal versuchen mal so eine folge aufzunehmen mal gucken aber erst mal meine normale folge weil heute ist schon sehr knapp und ich wollte heute eigentlich noch mal eine folge rausbringen deswegen machen wir heute noch mal eine normale folge 30 Sekunden schon schon gerade erst unter wasser gegangen dann sammeln wir wenigstens diesen stein hier auf gold genau das was ich gebraucht habe äh naja schlussendlich äh ist folgendes passiert ähm ich 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 wie nein ich will keinen screenshot machen lege ich jetzt meine waffe aus der hand achso okay mit b weil ich habe auch in vr bemerkt dass ähm mit einer waffe zu schwimmen langsamer ist es gibt auch eine sache die ist ein bisschen störend in vr und zwar kann ich nur nach rechts und links gucken und wenn ich nach oben schwimmen will muss ich so gucken naja mal gucken mal gucken ansonsten äh hat sich das echt cool angefühlt ich bin in die höhle reingeschwommen hab da absolut nichts gesehen bin irgendwelche in irgendwelche quallen reingeschwommen hab halluciniert äh wurde vergiftet schlussendlich konnte ich gar nichts mehr sehen weil mich irgendein tier noch gerammt hat weil ich dann einen splitter vorne drin hatte und bin dadurch verreckt dass ich keinen sauerstoff mehr hatte war schon ein cooles erlebnis also ich wünschte ich könnte euch wenigstens die hälfte des parts zeigen aber es geht leider nicht ok fabrikator ich weiß dass mich irgendwas herstellen kann äh das wollte ich nicht werkzeuge terschenlampe reparaturwerkzeug äh pfadfinder irgendwas leuchtfackel wofür hab ich das gold nochmal gebraucht für computerchip nice jetzt brauchen wir nur noch das silbererz äh glas titan standardflasche silbererz hm ok alles was wir tun wir brauchen trotzdem silbererz und dafür brauchen wir eine höhle eine etwas tiefgelegenere höhle oder? titan ja ich glaub die höhle ist zu hoch aber wenn ich tiefer will äh ist ein bisschen ärgerlich ja dude ich weiß es ist dein revier wir haben es alle verstanden wir nehmen das salz hier noch mit es wäre schön wenn ich hier äh blubberbläschen finden würde lieber sauerstoff geben dann könnte ich hier noch ein bisschen länger rumhampeln 30 s silbererz ist ein essentielles Komponent von vielen Habitat Modulen ok wir haben Silbererz gefunden nice kommt der Sache schon näher ja 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 Frage ist soll ich mir jetzt eine neue Sauerstoffflasche basteln oder das Werkzeug das ich wollte ich wollte ja ein Konstruktionswerkzeug haben ich könnte quasi unten auf dem Boden bauen damit die Höhle nicht allzu weit entfernt ist oder ich baue mir eine Sauerstoffflasche damit ich länger unter Wasser bleiben kann äh 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 Fabrikator ähm zweimal Glas Glas kriege ich hin ne bauen wir uns diese Sauerstoffflasche länger unter Wasser bleiben ist glaube ich besser wie viel mir fehlt noch einmal Glas hä ich dachte man stellt hier zweimal her ich brauche zweimal Quarz dafür na gut suchen wir doch mal nach Quarz hier in VR hätte ich jetzt nur Dunkelheit gesehen wieso lachen die mich aus wissen sie dass ich gleich sterbe kristall kristall du willst gerade in der VR-Session hatte ich richtig viel kristall gefunden aber ich glaube das war mehr da oben ja du gut wir wissen es ich gehe ja schon aus deinem Revier raus ich gehe ja schon mach doch kein Scheiß so oh kristall worte ich das kristall gesehen äh in dieser riesen äh da in so nem Ding hab ich das gefunden aber das war ein bisschen größer oh jetzt dieses riesen Ding ich bin ich bin ich schwebe glaube ich drauf ja hier war kristall ohne Ende hier ist auch pure Dunkelheit ich sollte es in Erwägung ziehen auf jeden Fall eine Taschenlampe zu bauen also in VR hatte ich sie schon gebaut aber weiter bin ich halt nicht gekommen weil ich nicht die Steuerung kapiert habe oh Inventar voll nun denn gehen wir weiter deswegen brauchen wir auch den Konstruktor äh Konstruktor oder wie auch's immer heißt damit wir uns ein bisschen was bauen können wo ich meine Sachen ablegen kann und das da sah in VR so absolut geil aus ich meine das sieht jetzt schon absolut geil aus ist das eine abgestorbene Sonne auf jeden Fall guckst du da hin und du denkst einfach nur ohohoho wie ist das geil so ähm klasse so Ausrüstung Euerlöcher da Standardflasche ich hab doch ne Standardtauchflasche ich bin auch so blöd ich bin auch so blöd okay legen wir erstmal ein paar Sachen ab wenn wir hier jetzt ein paar Sachen ablegen ne dann müssten wir die Sauerstoffflasche tragen können ich meine ich hätte meine andere Sauerstoffflasche einfach ablegen müssen gut äh die die Erkenntnis ist leider zu spät gekommen aber gut jetzt fehlt mir Titan nicht jetzt erweiterter Kabelsatz ja machen wir unseren Kabelsatz fertig dann haben wir das jetzt auf jeden Fall schon mal na was hab ich denn gemacht warum meine Fresse warum mach ich so kann ich dich irgendwie ablegen jetzt hab ich zwei Scanner wow wow alles wird gut ich möchte gerne Sachen ablegen Einstellung äh Controller äh ah hier hat die ach ich hätte das da einfach einstellen können okay dann mach ich die nächste Folge in VR weil ich man kann ja anscheinend alles einstellen dekonstruieren verlassen linke Hand äh achja man kann ja keine Sachen wegwerfen anscheinend ne nachladen ja geil und nu man kann keine Sachen wegwerfen kann ich gleichzeitig mit okay äh gucken wir mal ich möchte Sachen wegwerfen ähm wieso spiel ich endlich mit Controller ich wollte doch mit Master und Tastatur spielen okay ähm google Sapnautica Gegenstand wegwerfen so so äh äh okay hier durchsteh ich die meisten Sachen kann man nur wegwerfen wenn man unter Wasser ist fallen lassen ja äh halten wir erstmal die Flasche so hier einen davon kann ich auch wegwerfen okay rein theoretisch kann ich doch auch mit Maus und Tastatur spielen wenn ich im VR Modus bin oder? hm ähm muss ich gleich mal gucken okay äh Kalorienaufnahme empfohlen ja guck dann ach ich hab ich noch Essen dabei ich weiß es nicht so wir wollten machen Konstruktionswerkzeug ja natürlich kann ich keine Batterie mehr herstellen diese dreckige Scheiße ey nicht Säurepilz ach den hab ich grad weggeworfen ach bin ich gut nehmen wir einen Säurepilz mit oder zwei ist mir egal nehmen wir den Fisch hier noch mit komm her Fisch komm her komm her komm her Fischi komm her komm her ich hab Hunger Ja, um Fischis. Ja, gut, dann weißt du, nee. Leck mich halt. Okay, ähm. Gepökelt oder gekocht? Ja, immer haben wir gekocht. Das Essen muss jetzt nicht lange halten, weil ich es mir sofort reinziehe. Okay, der Rest ist in Ordnung. Ähm, dann gehen wir weiter. Wir wollten, genau, den Fabrikator benutzen und dann ein Werkzeug herstellen. Jetzt fehlt mir natürlich das Silber, jetzt. Geht durch. Das Spiel macht mich jetzt schon fertig, Leute. So, Konstruktionswerkzeug. Nice, endlich. Okay, ähm, Außenelemente... Fundament. Ich glaub, zuerst bräuch ich ein Fundament, ne? Blei! Wo nehme ich den Blei jetzt her? Warte, ich hab Blei. War es Salz, was wir eingesammelt haben? Oder Blei? Ich hab keine Ahnung. Luke. Bestärkung. Glase. Was ist denn mit der Basisbefechtigste Luftpumpe? Pump Sauerstoff von einer Basis mit aktiver Energieversorgung und ein angeschlossenes Leitungssystem. Gott, ich bin hier komplett überfordert, ey. Puh! Was ist das denn? Schild, wow. Ähm. Fundament. Ja, wo ist denn die Kapsel? Gab's nicht ne Kapsel? Gibt's jetzt keine Kapsel mehr? Na gut, wir müssen uns eh erstmal... Nein, Fundament... Ich würd gerne ne Truhe bauen. Wann spinnt? Ich kann die nirgendwo hier hinbauen. Ähm. Okay. Für ein Fundament brauchen wir Blei. Suchen wir Blei. Wir haben ja sonst nichts besseres zu tun. Und wenn wir ein bisschen Erz finden, dann verbessern sie wir unsere Sauerstoffzufuhr. Sauerstoffgehalt. Gut. Okay. Sancho Ah, okay, wir haben es gefunden Können jetzt schon mal ein Fundament bauen Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal aus diesem hässlichen Biom raus Gib mir mehr Sauerstoff Okay, wir verschwinden jetzt aus diesem hässlichen Biom Meinetwegen ganz, ganz weit weg von unserem Basislager, quasi unserer Kapsel Ja, ganz ehrlich, wenn wir hier erstmal unser Zuhause haben, dann brauchen wir es einfach nicht mehr Ja, guck mal Das gefällt mir doch eher Wir bauen unsere Basis Auf knapp 100 Meter auf Oh, hallo Wie ist da komisches Lebewesen Ja, perfekt Genau das wollte ich doch haben Höhlensysteme Möchte aber so tief wie möglich meine Basis auf Okay, scheiße Okay, wir bauen unsere Basis hier auf So Ich kann es in die Luft setzen 30 Sekunden Okay, gehen wir nochmal kurz Sauerstoff tanken Okay, dann kann man so eine Basis in die Luft setzen Kann ich meine Basis auf dem Viech hier aufbauen? Ich habe hier schwimmende Basis, wenn ich das Ding hier aufbaue Oh Vielleicht einer, der wie tiefer schwimmt? Du? Kann ich meine Basis auf dir aufbauen? Schade Das wäre cool Ja gut, schwimmen wir mal runter Genau da will ich aufbauen Da fühle ich mich sicher Und mein Sauerstoff verschwindet sehr sehr schnell Dann bauen wir schnell mal auf Oh Gott, noch kurz truieren Ich bin so tot Egal Auch wenn ich tot bin Scheiße Ich werde das nie wiederfinden Okay Vielleicht bauen wir doch nicht so tief Ja, scheiße Wie kam ich auf die Idee, dass das eine gute Idee ist Scheiße Jetzt habe ich verloren Also ein bisschen was Werde ich es jemals wiederfinden? Ich werde jetzt einmal kurz einfach so starten, um es zu suchen Bei mir hat es gerade geprickelt im Hals Warte, ich mache mal ganz kurz Der Kärbel ist glaube ich auch viel zu groß Hallo Oh Dann gucken wir mal, dass wir es wiederfinden Eigentlich müssen wir nur die Riesensäuger finden Hallo Jungs Mit der Gasmaske Ich hasse es, wenn ihr mich auslacht So eine Salzablagerung, okay Äh, ich weiß nicht, wenn wir mal hier lang Wieso ist das denn überall diese Viecher mit der Gasmaske? Wow, ich bin zu Hause Ja, so werde ich es auf jeden Fall nicht mehr wiederfinden Ich glaube, ich bin halt in die Richtung Ich bin mir da nicht so sicher Ich glaube, es ist hier auch so dunkel Das kommt mir auf jeden Fall schon mal bekannt vor Das Biom Oh, komm mal, hier ist ein kleines Teil gelandet Um ein Schiffi 30 Sekunden Schwimmen wir mal ganz kurz nach oben Es ist ein bisschen ungünstig, dass das jetzt dunkel wird Während das nicht meine Basis wieder finde Ich versuche wieder zu finden Ey, ich bin immer noch hier Das ist schon mal das richtige Biom Keine Ahnung, dann lass uns hier aufbauen Hallo 100 Meter Oxygen-Effizienz erhöht 30 Sekunden Neue Blutung eröffnet Ich kann dich aber nicht reparieren, oder? Okay, ich brauche erstmal Sauerstoff 18 neue PDA-Data Oxygen Okay, da haben wir so eine Kapsel gefunden Wie cool ist das denn? Oh, komm schon, bitte, lass mich überleben Bitte jetzt nicht sterben Ah Okay Nur mal runter Und dann gucken wir uns an, was wir bekommen haben Zumindest nicht heute, aber in der nächsten Folge dann Dann bauen wir uns da auf der Klippe auf Keine Ahnung Immer noch besser, als mein altes Zuhause zu suchen, glaube ich Integrieren neue PDA-Data Echtfackeln brauchen wir nicht Okay 30 Sekunden Schönen wir an die Oberfläche und dann verabschieden wir uns für heute Ja, ich würde sagen, ich probiere es nochmal mit VR Sollten wir uns morgen nicht im VR wiedersehen Dann wisst ihr, dass es nicht funktioniert hat Ich werde es jetzt einmal testen, gucken, ob alles funktioniert Vielleicht kann ich ja sogar mit dem Wasser und Tastatur spielen Okay, Freunde, dann sehen wir uns vielleicht morgen dann im VR wieder Haut rein, euer Zero, Tschüss Und dann sehen wir uns